ja hallo zusammen da bin ich wieder bei meinem let's play zur june 2000 und genau wie es waren ja beim letzten mal hier in der vorletzten mission der hakkonen und haben die orders platt gemacht und jetzt geht es nur noch gegen die atriides leute allerdings und der planet ist schon zu 80 prozent rot leute oder 95 prozent oder wie viel das ist und ja meine güte leute die letzte mission der hakkonen und die letzte mission des ganzen spiels let's go der herzogliche siegelring des hauses atriides der baron ist hoch zufrieden er bietet dir das vermögen eines herzogs in spice an wenn wir heute erfolg haben und den werden wir haben die tapferen sanduka sind zu fuß vom nördlichen polarkreis hierher marschiert auf sich allein gestellt nur begleitet von sandstürmen und von gefressigen würmern sie wissen nichts von unseren atomaren waffen nichts von der todeshand das ist unsere chance arrakis endlich einzunehmen genau leute so sieht es aus aller letzte mission leute wir sollen arrakis einnehmen und der hat einfach mal die hand abgehackt von dem baron finde ich schon krass nicht baron doch eigentlich schon keine ahnung bisschen verwirrend auf jeden fall nun sind nur noch die atriides und die truppen des imperators übrig und deswegen nicht geschlossen angreifen und die verlichtung ist im berg es geht wieder gegen die sarah lucas leute oh man naja gut ok leute letzte mission hier so ich würde mal sagen erstmal erkunden hier weil den bauch stelle ich mit sicherheit nicht da so wir sind unten in der ecke das ist doch mal ganz geil gibt es hier irgendwo sand bzw spice leute ich brauche spice nein sehr gut hier unten gibt es spice ok dann kann der bauch hier unten leute jawoll sehr schön leute letzte mission der hakon wirklich das wird krass leute ich hoffe das war das auch so gut schaffen sie die vorletzte mission hier ist zu gott sei dank leute wirklich und hier unten ist spice hier ist alles gut gut leute dann erkunden wir mal weiter hier hier unten kommen meine raffinerien hin aber der platz hier der ist nicht so doll also viel platz haben wir hier nicht mal wieder aber da kommt da direkt angekackt hier verdammt noch mal da verliere ich jetzt direkt den kampfpanzer oder was die raketenpanzer die sind halt die sind halt beknackt wirklich die raketenpanzer sind so scheiße leute naja bau option so ok dann bau ich schon mal die kommt schon der raketenpanzer wieder hier los auf da dreh dich um ok dann bau einfach hier eine platte hin so so batz weg damit sehr gut schon mal die erste verstärkung platt gemacht sehr schön dann kommt hier die erste raffinerie hin so aber ein kampfpanzer habe ich verloren es könnte sein dass das nicht so schlimm ist cool leute hier eine ecke für uns alleine das ist doch mal geil das ist doch mal echt geil ja oder obwohl der gegner der hat hier verstärkung gekriegt leute na ich weiß es nicht okay auf jeden fall letzte mission wow ey alles klar ja freut mich dass ihr hier dabei seid bei june 2000 und schaut euch mal das hier an so viel so viel speis ne gut noch mal kurz zwischenspeichern die letzte mission lief auch komplett ohne um himmels willen einen äh typen der gebäude einnehmen kann bitte was haha ok da wollte er meinen bau aufklauen krass leute richtig krass der wollte meinen bau aufklauen heftig ja so leute dann direkt hier eine kaserne oh schaut mal hier hier ist eine basis eine kaputte paar windfallen ok oha das war eine große basis eine hakonnen basis ja krass guck mal das ist ein sammler ein verschütteter sammler das sieht cool aus oh nein ach lass doch den müll wirklich wüsstentruppe einmal drauf da oh das war blöd naja gut ich merke schon wieder ey neue bauoption ich brauche unbedingt raketentürme ne das ist das ist blöd hier ja äh wie kann ich hier ja geh mal weg hier ich brauche raketentürme aber zuerst mal hier außenposten ausbauen kaserne und ja genau nochmal speichern kurz he he oh mist ein moment mal ein moment mal ein moment mal ich hab meine uhr wieder vergessen so ich glaube das passt alles klar leute gut geht's euch gut so weit mir geht's sehr gut mir geht's sehr gut freut mich dass ihr dabei seid hier schön beim june 2000 ähm ja letzte mission das wird krass so jetzt kommt wieder öh kommt wieder öh na gut neue bauoption für wenig energie da kommt direkt was gut dann nehmen wir den kampfpanzer was kriegt er denn ich hoffe nur maniken ey kriegt er ein nein da ist auch ein panzer dabei ok wieder so ein raketenpanzer ah wieder so ein raketenpanzer ey man das ist nervig leute gut dann alle drauf da der will auf einen kampfpanzer eiskalt dann fahr da einfach drüber sehr gut sehr schön ich kann noch keine raketentürme bauen hier doch kann ich aber ich hab keine energie das ist das blöde wirklich komm schon mach schneller und ja wie gesagt oh das wird jetzt das wird krass jetzt letzte mission ja das wird jetzt richtig krass und ich glaube ne mist ich glaube ich hab mich hier verbaut oh man ich hab mich verbaut Leute nein ich werde hier ich werde hier noch das ein oi 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 Wurm ey macht mir nicht so ne Angst so ne Angst du blöder Wurm mach mir nicht so ne Angst du blöder Wurm naja gut ich muss hier auf jeden Fall noch das ein oder andere Forschungsgebäude reinpacken weil hier der Platz der ist einfach zu klein das ist der Platz ist zu klein Leute so wie gesagt ich geh dann gleich direkt auf die Raketentürme so äh wo kommen denn die Gegner immer her ich glaube ich glaube wenn ich hier zu mache das ist ganz gut so alles klar Leute dann direkt wieder Raketentürme das ist jetzt meine Master Taktik hier einfach einfach Raketentürme bauen oh wir kriegen Verstärkung das ist natürlich mega nice jetzt das ist natürlich mega nice und ja geil aber Verstärkung wenn wir Verstärkung kriegen heißt das der Gegner kriegt auch Verstärkung vor allem wenn wir so krasse Verstärkung kriegen da kommt ein krasse Angriff okay Leute ich brauche dringend die Raketentürme hier unten einfach weiter Raketentürme bauen jetzt seht ihr das? da kommt der Gegner aber wenn es nur das ist das kriege ich mit einem Kampfpanzer weg kein Problem so so nein wie mies wie mies ey hat er einfach ein dickes Rohr genommen und einfach hier meine ganzen wenigen platt gemacht ja das war natürlich bleibt doch hier oben Sammler Mensch so ich brauche weitere Raketentürme hier unten ich würde gerne erstmal hier unten zumachen das heißt ich werde am besten noch äh hier noch zwei Stück haha und dann hier unten noch zwei Stück ne das sollte eigentlich passen ne hier unten sollten eigentlich keine Gegner reinkommen werde ich ja später alles sehen Leute auf jeden Fall muss ich hier jetzt verteidigen und ja richtig krass so aha da ist ein Sammler schon von ihm habt ihr das Flugzeug da gesehen ne boah meine Güte ey letzte Mission Leute von dem ganzen Spiel hier das wird krass gut Leute weitere Energien bauen ja ein Imperator Sammler ich verstehe Leute das heißt wir haben die Sadokas echt mal wieder gegen uns ja das ist blöd aber was wollen wir da machen ne das hat sich ein bisschen her na gut Leute egal ähm es geht weiter wir machen einfach weiter so ähm ja wie gesagt ich hoffe es geht euch gut soweit hm ich nehme das heute an diesem Samstagnachmittag auf sogar nicht abends nein nachmittags und schaut mal da da ist eine Wüstentruppe von dem Imperatorschwein ja gut Leute dann würde ich sagen machen wir das mal weiter die letzte Mission schaffen wir glaube ich nicht in drei Parts bestätigt Endung weil dann wäre ich doch sehr überrascht wenn wir das schaffen würden Leute gut aber wir haben schon mal einen ganz großen Bereich hier erkundet das ist doch schon mal ganz gut hier haben wir die drei Raketentürme stehen so nein fahr doch erst hier rein bestätigt Endung und ja wie gesagt Samstagnachmittag äh ein Tag nach unserem Großeinkauf ja ja ich hab euch ja schon wenn ihr mal einen anderen Let's Plays verfolgt hab ich ja schon erzählt was für eine Odyssever gestern hatten ey mit unserem Großeinkauf das war wirklich nicht mehr feierlich so was brauche ich denn jetzt noch ich brauche noch äh X-Forschungszentrum und die Platten dafür melde mich wieder und ähm Moment dann brauche ich noch die Platten für eine Werkstatt gut Zwischenspeich ah was sehe ich denn da oben schon wieder genau jetzt jetzt kommt der ganze Schwall schaut euch das an hier die Mäniken alle gut weißt du was dann nimm einfach den einen Panzer hier nimm einfach den einen Panzer und fahr da drüber einfach so drüber fahren ach genau sehr gut oh jetzt kommt er jetzt kommt er oh shit Leute jetzt kommt er aber fahr die alle platt wow Leute oh das ist jetzt aber echt viel ähm aaaaaa das ist jetzt aber echt ein bisschen viel hier oh verdammt das muss ich laden Leute das muss ich leider laden ähm nein da hat er mich jetzt gekriegt der Gegner ei 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 okay Leute das muss ich leider laden oh man ich hab zu spät gespeichert ich Idiot gut dann dann bau direkt einen Raketenturm los dann baue ich halt jetzt direkt einen Raketenturm so einfach hier drüber fahren so bau direkt einen Raketenturm und mach diesen Kampfpanzer da kaputt los und die hier kaputt dann fahr nutzt der mal hier die Gelegenheiten und fährt mal da drüber ähm und lenkt die ab und mach mal den Raketenpanzer da im Arsch ja so der Raketenturm der kann einfach mal hier hin ist mir scheißegal jetzt gerade wow auch noch mit Luftangriff hier krass okay sehr gut und den Raketenpanzer einfach so waaaaa Leute äh verdammt ach du heilige was kommt ähm 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 Moment da muss ich mir jetzt echt mal ganz klar keinen kleinen Plan machen hier ich glaube ich hoffe nicht dass ich den Spielstand jetzt verkackt habe Leute gut ähm ich muss jetzt mit den Einheiten irgendwie auskommen gut ähm gut dann geht die alle mal hier drauf auf die Kampfpanzer da los gut der kommt dann nämlich noch mit dem Schallpanzer an okay Leute ähm Raketenpanzer Raketenpanzer noch mehr okay dann hier Raketenturm und hier und hier jetzt mal drüberfahren los und drüberfahren fahr da drüber ey so okay das ist scheißegal ähm das kann er machen das ist okay so Leute zieh die mal in die Raketenturm hier rein oh nein nicht schon wieder zu wenig Energie ey Mensch hör die Maron so gut ähm wir haben unseren nächsten Raketenturm gleich wenn der mal so genetisch wäre und meine Energie in Ruhe lässt genau Leute gut lasst meine scheiß Energie in Ruhe verdammt nochmal so ähm weitermachen ach du Heilige ey das ist wirklich viel was da kommt ja so ähm die Energie reicht nicht die Energie reicht leider nicht Leute das ist zu viel das ist zu viel das ist einfach zu viel das gibt es ja wohl nicht oder ich muss wieder mit der Taktik arbeiten hier von wegen boah diese Schallpanzer ey okay das ist weg egal dann bau einfach weiter hier los oh zwei Schallpanzer das ist natürlich extrem heftig wow Leute das reicht nicht ey pfff hohohohoho zu heftig ey wirklich zu krass einfach da kommt noch mehr ok aber wisst ihr was ich hab da ne Idee Leute ich habe da eine Idee gut direkt Raketenturm bauen dann direkt hier mal die kaputt machen die kriegen wir ja noch hin ne die Manniken kriegen wir ja hin das ist ja kein Problem eigentlich so lass die dicken Rohre arbeiten so gut der geht natürlich voll auf meinen Raketenpanzer ne ganz klar so wir müssen die Raketenpanzer kaputt machen los und vor allem die dicken Rohre machen die da kaputt so der steht der Turm ist fertig sehr gut dann muss ich jetzt mal gucken wow verdammt nochmal die dicken Rohre sind weg oh man das ist blöder als beim letzten Mal so die äh der Luftangriff kommt anders das ist gut ok Leute das Spiel ist abgestürzt das ist nicht schlimm das ist nicht schlimm Leute ähm ok dann sag ich mal bis gleich so Leute ja da bin ich wieder ja das Spiel ist kurz abgestürzt aber das war in dem Fall ja nicht schlimm ne so ich muss das jetzt hier irgendwie hinkriegen verdammt nochmal der will auf den Raketenpanzer ne so dann kümmert ihr beide euch mal bitte um diese Panzer da der Raketenpanzer hilft mal da mit so genau ich muss die Einheiten jetzt nämlich irgendwie sinnvoll aufteilen hier los ähm gut dann geht immer auf diesen Kampfpanzer der Kampfpanzer geht auf die Raketenpanzer genau wir müssen die Einheiten hier sinnvoll nutzen genau Leute ähm gut wir haben jetzt noch dicke Rohre hier so Batsch sehr gut die dicken Rohre machen die Wüstentruppen platt sehr cool so dann fahr hier einfach drüber so los dann haben wir jetzt noch dicke Rohre hier gut der Raketenturm sehr gut einfach weiter bauen los verdammt nochmal so ähm genau mach deine eigenen Einheiten kaputt das finde ich ganz gut ja so kann man das doch machen genau Leute der macht seine eigenen Einheiten kaputt das muss man doch eigentlich jetzt nutzen können oder ah man ey gut dann zieh die nochmal ein bisschen hier runter ah verdammt egal Leute ähm ich brauch noch einen Raketenturm hier so bau einfach weiter es könnte sein dass wir das jetzt geschafft haben hier so mach das eine dicke Rohr da kaputt du machst den anderen kaputt dann macht ihr jetzt bitte oh Mist verdammt ey wirklich das ist so viel was der da hat ne das ist so viel das ist so krass Leute zwei Schallpanzer waaaaa das passt wieder nicht verdammt noch ein Raketenturm los du machst bitte diesen Schallpanzer da kaputt und ach sehr gut Leute dann machst du den bitte kaputt und dann den da noch so du machst bitte den da oben kaputt Manniken oh wir haben es gleich oh oh nein jetzt habe ich kein ach weil der Sammler wieder am Ende ein Ende der Welt sammelt ah verdammt das kann er machen das ist kein Problem so ähm zieh die hier runter los der geht immer schön auf die Manniken ja so bitte Leute ich brauche Geld hier los das habe ich fast verteidigt hier so der mach bitte den Schallpanzer da kaputt ach verdammt da kommt noch mehr so ähm ja mach nein ach blöd ey wirklich da kommt noch mehr ich glaube es ja nicht so dann machst du bitte den da kaputt boah ich muss jetzt der Sammler ne der nervt richtig Leute so der ist weg sehr schön was kommt da alles ey das ist doch krass wirklich oh mein Gott alter Schwede äh das ist wirklich krass was da alles kommt ey das schaffe ich nicht ähm 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 ich bin hier gerade echt überfordert Leute pfff reparier den ooooh Mensch Leute äh schaffe ich das überhaupt noch der Wurm der Wurm der hilft mir gerade so ein bisschen ey aber ja das ist zu krass das ist zu krass Leute ich muss leider ähm äh was ist das denn alles muss ich leider nochmal laden es tut mir leid ähm das ist zu krass was da alles ankommt das ist zu heftig ähm ich glaube keine Anweisungen wie sie befehlen ich muss das komplett nochmal neu starten Leute es tut mir leid wenn ich euch wenn ich jetzt eure Zeit äh verschwendet hab aber das ist das ist das ist das ist jetzt die letzte Mission du die die ist es wirklich wert so neustart so los Leute direkt anfangen keine Zeit hier verschwenden ach um Himmels Willen also hier unten keine Verteidigung aufbauen das hab ich jetzt auch gemerkt so dann bau hier direkt den Bauhof auf und direkt hier upgraden los wir brauchen direkt Aktion hier wir brauchen direkt Action verdammt doch mal ey wirklich verdammte Kacke so ähm da unten ist das Spice ich weiß okay ähm boah verdammt nochmal warum machen die eigentlich kein doch okay da gibt's Sounds pfff das ist eine heftige Mission Leute über 20 Minuten jetzt quasi für nix Leute es tut mir leid aber ich muss ich muss neu anfangen ich krieg hier oben die Türme ja wer kann das natürlich schon am Anfang wissen ne das ist doof ja das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt okay ne dann so das ist blöd gelaufen auf jeden Fall ah gemein gemein jetzt kommt da natürlich noch die andere Kacke ne richtig jetzt kommt da natürlich noch die andere Kacke ähm bau direkt die scheiß Raffinerie so und hier einfach drauf fahren lass den Raketenpanzer da die okay gut ja genau alles klar Leute ich glaub der wollte uns in die Falle locken hier und zwar dass wir hier unten die Verteidigung aufbauen weil eigentlich äh ist die Verteidigung ja hier oben nötig ne wie wir gemerkt haben da kommt ja gleich mega viel Scheiß an und dann ich versteh schon ja ich versteh schon okay gut hier ist der Spice ich lass es erstmal mit der Erkunderei pfff wirklich Leute ja 20 Minuten Spielzeit für die Katzen ne das ist so blöd ich weiß ja aber was sollen wir machen dann ist das Spiel auch noch abgestürzt da kam doch wieder alles zusammen ne so gut dann direkt hier für die Kaserne aha genau dann direkt da für die Kaserne so genau die Betonplatte dann die Kaserne ja mies ey richtig mies heieiei naja gut Leute mhm ist erstmal nicht zu ändern damit müssen wir uns jetzt arrangieren ich glaube ja ist halt die letzte Mission ne was will man da erwarten so dann direkt hier das Ding spawn und Sammler du bleibst hier oben verdammt nochmal so gut alles klar dann können wir hier nämlich jetzt was denn ach jetzt habe ich auch noch meinen Dings verloren verdammte Hütte ey wirklich ah das ist so genau Leute direkt hier den Außenposten nicht meinen Raketenpanzer vergiss es so fahr doch weg ach du Penner ey wirklich jetzt habe ich noch wenige Einheiten als beim letzten Mal naja gut so aber ich werde jetzt hier oben verteidigen befestigen komplett dann hoffe ich mal dass das dann ausreicht so die letzte Mission des ganzen Spiels ey die hat es echt in sich muss ich ganz ehrlich sagen so naja klar da brauche ich noch eine Energie wenig wenig Energie wenig Energie ja ich weiß aber das sollte schon passen soweit ähm ja ich muss hier definitiv eine Mauer errichten also eine Turmmauer ok Leute dann gut weitermachen Sammler sammelt schneller so weil Geldnot kann ich jetzt gar nicht gebrauchen und mein Gott dann ist die erste Folge gleich schon vorbei meine Güte die erste Folge ist vorbei und wir haben nichts erreicht Leute das tut mir so leid wirklich das tut mir so leid aber mal ehrlich da kam doch echt viel Scheiße an oder müsst ihr doch mal zugeben das ist doch so oder gut Leute ähm der hat Verstärkung gekriegt da kommt er schon wieder da kommt er schon wieder Leute ich fasse es nicht gut Raketentürme los und dann hier auf diesen Raketen boah ernsthaft ey der kann dann aber auch echt nochmal schießen ne das ist ja ok 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 gut ich muss einfach nur Raketentürme bauen am Anfang das ist so wichtig boah eine Minute noch und dann ist die erste Folge vorbei so nochmal kurz Zwischenspeichern jetzt wird das Spiel auch eben wieder abgeschmiert ey ich habe einfach die Mucke mal ein bisschen nachgemacht hier so Leute der Sammler das ist ok ähm verdammt ey ich habe nur noch drei Einheiten so ich brauche auf jeden Fall jetzt gleich hier eine fette Mauer aus Raketentürmen ok dann würde ich mal sagen machen wir das mal so weiter gehts hier mehr Raketentürme eine 12 so ich brauche ja echt direkt 5 5 Raketentürme oder so ich brauche mal ein paar Wüstentruppen einfach einfach mal so als äh Verstärkung hier genau da kriege ich ah stimmt Moment ne ne ich kriege noch ein paar Verstärkungstruppen stimmt die habe ich ganz vergessen so ich brauche wieder Energie dann habe ich hier oben schon mal drei Raketentürme ok Leute dann kann ich sie abziehen für die Verteidigung da unten dann ah Moment Moment da kommt er jetzt nochmal mit Manneken gut ähm ja dann macht den kaputt dann los puh alles klar gut Leute ähm den haben wir dann hier weitere Raketentürme einfach gut Leute das ist schon meine Uhr allerdings äh habe ich mich jetzt gerade entschlossen mache ich die Folge 5 Minuten länger ja Leute ähm man will ja auch was erreichen ne das ist ja so gut dann geht ihr mal bitte da runter ich weiß ich bin jetzt mal ganz mutig aber es ist so die müssen da runter und ähm ich baue hier jetzt einfach noch mehr Türme hin einfach noch mehr Türme so Leute ähm genau so eigentlich ja warum eigentlich nicht so gut Leute wir müssen aufpassen wir müssen aufpassen ja eine Folge in extra Länge Leute aber das muss sein das ist die letzte Mission die ähm den Anfang habe ich verkackt und genau deshalb wird die Folge jetzt 5 Minuten länger so damit wir die Kacke jetzt dann mal verteidigt kriegen ey mit 6 Raketentürmen das muss doch reichen da verdammt weiter einfach weiter auch wenn die Kohle nicht ausreicht aber die Energie wenn ich die hier hin packe das wird auch zu ja ich weiß nicht egal Leute ähm der Sammler kommt rein und ist gut einfach Raketentürme hier bauen wenn die ganzen ah man stellen wir ein dickes Rohr da ab so gut so jetzt haben wir 6 Türme hier stehen haha so ähm ja dann soll er dann soll er gleich mal kommen so Leute baue ich jetzt die nächste Energie für die nächsten Türme so dann habe ich jetzt 6 Raketentürme das soll er erstmal versuchen ganz ehrlich das soll er erstmal versuchen na bitte neue Anweisungen gut so weiter speichern so 3 Minuten noch von den mehr als 5 Minuten übrig naja gut Leute ähm wir müssen weiter Türme bauen ganz wichtig wir müssen weiter Türme bauen so ich würde mal sagen ähm na ich mach die mal da hin einfach mal hier so hin so zack und nochmal 2 2 Stück ich muss mich richtig einmauern am Anfang ja ja das war wieder ein Fehler von mir dass ich da schon die Betonplatten gebaut hatte ich muss mich am Anfang richtig einmauern ja gut Leute gut dann soll er jetzt mal kommen wirklich das andere dicke Rohr werde ich wahrscheinlich da oben nochmal brauchen gut weitere Türme los die einfach nur einmauern neue Anweisungen ok jetzt fangen die Geldprobleme da kommt er da kommt er ok Leute oder was äh Sammler fahr hier oben hin bitte so los so sammeln bitte schneller ich brauch den nächsten Turm wow Leute das ist eine heftige Mission so der Luftangriff der will schon wieder auf meine Energie ja gut das ist egal ich glaube den nein hör doch auf oh man ok wenig Energie kann ich gar nicht gebrauchen jetzt gut ok Leute aha richtig ja jetzt kommt er jetzt kommt er jetzt kommt er da angeschissen da genau ähm zieh die Panzer mal zurück lass die Raketentürme helfen so Leute genau und dann verteidigen hier los verteidigen das war ja schon echt heftig was da gerade eben angekommen ist ne so gut Leute den haben wir schon mal hier das läuft jetzt alles ein bisschen anders kann das sein das läuft jetzt alles ein bisschen anders Moment mal ähm das sind nur dicke Rohre ne das geht ja die gehen ja schnell kaputt so mach den noch kaputt da oben und dann baue ich schon mal die nächste Energie so äh ja gut Leute das lief besser das lief definitiv ach man viel zu schnell geklickt naja gut Leute ja das lief doch schon mal besser wie in der letzten Folge und ja ich würde sagen jetzt haben wir hier den ersten Schwall mal verteidigt und okay dann würde ich mal sagen jo hat euch die erste Folge der letzten Mission trotzdem gefallen Leute und ja wenn ja dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da würde mich sehr freuen und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag tschü tschü